ARD Text im Auftrag des ZDF Also sind sie jetzt Bader? Ich bin Bader. Ich bin Bader. Ich bin Bader. Das macht doch keinen Unterschied. Ich bin Bader. Glaubst du unsere Kinder leben in einer gerechteren Welt? Klar. Weil wir die Welt so lange auf die Fresse hauen, dass sie verstanden hat, dass der Wille zur Freiheit stärker ist, als der Wille zur Unterdrückung. Wann brennt das Brandenburger Tor? Wann brennen die Berliner Taufhäuser? Wann brennen die Hamburger Speicher? Wann brennen die Legstatter